Diese Woche ist der Besuch da, Marina Schwester Wendmann und da nutzen wir die Gelegenheit um ausgiebig zu frühstücken. Unser eigenes Frühstück fällt normalerweise viel spartanischer aus. Ja, oftmals mache ich uns dann schon mal was fertig, lege die Brüchen hin und dann, wenn es immer sehr heiß ist, macht das ja keinen Sinn, wenn du dann die Wurst und alles mit nach oben schleppst, dann willst du ja nicht, dass das schnell schlecht wird, damit das ruckzuck wieder in den Kühlschrank landet. Ja, ja, natürlich. Hier wird gerade der Kartoffelsalat vorbereitet für heute Abend fürs Grillen. Carina hat gerade schon gespült. Ja, genau. Wir können locker zwei Leute in der Küche arbeiten. Teamwork nennt man das. Teamwork? Ich suche gerade ein Trockentuch. Ja, bereit. Nehme das. Salat und Pfeffer. Nicht alles schon vorher essen. Und der Salat fertig. Lass mal probieren. Du möchtest probieren? Ja. Moment. Da ist auch genug Fleisch, was drin ist. Ja, guck mal. Na, sehr gut. Und? Gut? Gut. Na, dann ist es fein. Und ab in den Kühlschrank. Ich habe extra Platz geschafft im Kühlschrank. Und unsere neue Kaffeemaschine läuft auch schon. Nach dem Frühstück gibt es schon wieder Kaffee. Immer noch Kaffee. Immer noch Kaffee. Nach dem Frühstück ist vor dem Grillen. Wir haben ja Glück. Wir haben ja Glück. Heute sind doch sieben Stunden Sonne angesagt. Und es scheint auch gerade im Moment sehr schön die Sonne. Leider haben wir aber Wind. So, dass wir jetzt umdisponiert haben. Wir werden jetzt erst mal ins Städtchen gehen. Noch ein bisschen Milch kaufen. Für die nächsten Kaffees. Und danach werden wir versuchen. Und werden wir mal starten, dass wir dann noch mal nach draußen fahren in die Runde auf der Schnellfahrstrecke. Ein bisschen Gummi geben. Aber ihr werdet nachher sehen, was wir noch machen. So, jetzt drehen wir mal eine Runde. Die Bleiben werden gerade gelöst. Die Maschinen laufen schon. Jetzt ist ein bisschen windig. Ich hoffe, wir kommen aus dem Hafen raus. Wird jetzt spannend. Aus der Parklücke hier rausgekommen, ist immer nicht so einfach. Aus der Parklücke Aus der Parklücke Das ist besser als gedacht. Das war's. Genau. Viel Spaß. Dankeschön. Ist das besser als gedacht? Ja. Viel Spaß hier vorne. Ja, die kommt gut. Ja. Jaja. Kleine. Ja. Ja. Unser Kapitän an Bord hier? Wir sind gut rausgekommen aus dem Hafen und jetzt geht es ein Stück auf die Schnellfahrstrecke bis dahin. Da haben wir ungefähr einen Kilometer oder anderthalb und dann nehmen wir mal kurz Gas. Das ist die Frau vom Kapitän hier. Ich bin ja glücklich, dass die Motoren gleich wieder angesprungen sind. Wir waren ja jetzt langhängig unterwegs. Da können Sie unser Boot sehen, fahren jetzt hier runter auf die Schnellfahrstrecke und hier können wir dann schnell fahren. Gleich lassen wir es wieder laufen. Die Sonne könnte ruhig ein bisschen rauskommen. Ja, das ist schön. Ja, man kann nicht alles haben, aber wir haben es jetzt besprochen. Das ist richtig, das ist schon mal die halbe Miete. Genau. Jetzt sind wir auf der Schnellfahrstrecke und jetzt werde ich gleich den Hebel mal auf den Tisch legen. Mal gucken, was wir heute schaffen. Jetzt geht es aber los hier. Heckt schon! – Wpassen ist ganz schön! – Ach so, wändern wir das Reyman Europa. Juhu! 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 Musik Noch eine schöne Kurve Jetzt geht es aber in der Höhe Jetzt fängt die Kurve nicht, weil wenn die Kumpel nicht an der Höhe ist, ist alles super weit Ich muss das schon jetzt von der anderen Seite nehmen Musik Ein schönes Wendelkreis, ne? Wie ein Schiff, ne? Ja Kannst du nicht, dass du den dritten fangst, oder? Da kriegst du schon vorhin nicht, wenn du auf dem Zug fährst Ja, du kannst doch, wenn du das selber fährst Musik Versteht jetzt doch noch Musik Wie steht der da? Der Angler steckt jetzt so da, weil er Angst hat, du fährst ihn Im Glück ist heute nicht so viel los Nein, jetzt bin ich besser Nicht so viele Schlagriere fahren Wir sind immer so schnell, ich sag, wo er noch nie gefahren Unsere kleine Ausfahrt geht jetzt zu Ende Wir fahren jetzt wieder in unseren Heimathafen zurück Und ich werde jetzt wieder die Fender langsam heran machen, dass wir gut reinkommen werden Für die kurze Ausfahrt habe ich die Fender natürlich nicht in den Korb getan, sondern ich habe die einfach nur mal auf Deck gelegt Das reicht auch aus Mittlerweile sind wir ein richtiges GoPro-Team Vorne sitzt der nächste GoPro Mensch zum Filmen Und Claudi und Frank kommen uns beim Anlegen helfen Wie vorhin bei der Ausfahrt zeigen wir jetzt auch mal bei der Einfahrt ein längeres Stück Video, damit man weiß jetzt wie eng das eigentlich ist Wir sehen uns gar nicht, wie es noch so ein bisschen ist Wir sehen uns bei der Einfluss Wir sehen uns beim Anlegen Wir sehen uns beim Anlegen Wir sehen uns beim Anlegen Musik Die kleine Weiße in der Mitte ist am besten immer als erstes, genau. Musik 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 Ja, und hier einmal, einmal hier drunter. Okay. Ja, wo ist der Meter nach vorne? Musik 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 Für den Vorsicht. Oh, Pfahnefest. Okay. Innen auf. Alles gut, danke. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, ich bin der tausendste Abonnent von Boater an Torn. Super. Ja. Hast du verkackt! Hahaha. ja wir testen jetzt mal wie viele leute bei uns hinten auf die pflicht gehen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 super und ich bin der dreizehnte ich habe natürlich den blödesten platz erwischt ich habe den rasier der hier sitzt der muss immer aufstehen und die getränke besorgen heute abend gibt es was leckeres vom grill wir haben hier steaks wir haben hier bradwürste und das brot habe ich schon vorbereitet das liegt schon oben am tisch hier ist die lange tafel salate brot also verhungern werden wir heute nicht und das war ehrlich im sonnenschein ja hallo ich bin heute der grillmeister ich bin der dj ich bin nur mit ich bin der bierholder ich bin der trinkmeister ja wir sitzen hier eine ganz tolle runde und natürlich unser captain ist auch dabei genau ich filme nur ein esser Ich weiß, er bleibt hier. Alle fangen wir gemeinsam an. Na 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 na. Jo, Marina, das boxen tut er. Nein, ich hab es dir nie leicht gemacht. Na 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 na. Ich will dich aus, ich will dich aus. Ich will dich aus, ich will dich aus.